Wir wollen den 1. Korintherbrief aufschlagen, Kapitel 4. 1. Korintherbrief, Kapitel 4. Hier beginnt das Kapitel mit einer Verkündigung von unserer Verantwortung. Man soll uns für Diener Christi halten und für Verwalter der Geheimnisse Gottes. Das ist eine sehr hohe Position. Ich würde sie nicht für mich fordern. Hier heißt es Haushalte über Gottes Geheimnisse. Ich wünschte einen Bruchteil dieser herrlichen Geheimnisse seines unerforschlichen Reichtums. Die Leute sprechen vom unerforschlichen Reichtum. Aber laufen ist es ihnen bewusst, dass sie arm sind und dass ihr Geldbeutel so dünn ist. Und dann verkündigen sie den unaussprechlichen Reichtum. Eine solche Heuchelei sollte es nicht geben. Das ist Heuchelei der schlimmsten Art. Außerdem machen wir uns zum Gelächter bei jedem vernünftig denkenden Menschen. Die Leute können sehen, von was sprechen die da? Ich sehe, die sind sich immer so sehr bewusst, dass sie nicht viel Geld verdienen. Sie fühlen immer die Angst, dass so viele neue Rechnungen kommen, wenn sich die Regierung mal wieder ändert. Wissen Sie, Freunde, wir müssen echt sein. Wenn es um das Wort Gottes geht, sage ich, ich muss echt sein. Sonst bin ich ein Heuchler. Ganz einfach und klar. Ich musste mir heute Nachmittag eine Zeitung kaufen. Da habe ich meinen Geldbeutel herausgezogen und habe geschaut, was da drin war. Da war eine 20-Pund-Note. Habe ich die Zahl auf der Banknote angezweifelt? Oder habe ich mich gefürchtet, ob das ein gesetzliches Zahlungsmittel ist? Oder ob ich den ganzen Wert von diesen 20 bekomme? Nein, kein solcher Gedanke ist mir je gekommen. Wenn es aber um Gottes Wort geht, dann ist das kein gesetzliches Zahlungsmittel. Das ist irgendwo in der Luft. Nicht etwas zum täglichen Gebrauch. Das kann ich nicht akzeptieren. In diesem Fall ist der Gott, den Sie anbeten, völlig unvertrauenswürdig. Und er hält sich nicht an sein eigenes Wort. Er kann eine Währung drucken, die absolut wertlos ist. Wir müssen echt werden, wenn es um Gottes Wort geht. Wenn das Wort Gottes uns warnt, müssen wir das ernst nehmen. Hier sehen wir in Vers 2 Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie für treu befunden werden. Mir aber ist es ein geringes, dass ich von euch gerichtet werde oder von einem menschlichen Gericht. Es stimmt. Wir alle richten gerne die anderen. Ein Modeschöpfer weiß, dass es um den Menschen geht, die die Kleidung tragen. Das Klischee ist da. Kleider machen Leute. Wollen Sie sich immer daran halten? Kleider machen Leute. Das ist das Klischee. Aber jeder Modedesigner weiß, er kann einen Menschen so gut anziehen, wie er es nur geht. Aber da gibt es doch etwas bei manchen seiner Kunden, was sehr enttäuschend ist. Wenn der Mensch ein Herz hat, kann er das sehen. Ich kleide meine Kunden mit dem besten Material, mit dem besten Schnitt. Aber es fehlt doch an etwas. Vor dem Spiegel sind sie schon in Ordnung. Aber im Leben taugen sie nicht. Sehen Sie Freunde. Wir richten die Leute doch ziemlich schnell, nicht wahr? Wir beurteilen sie nach ihrem Aussehen, nach ihrem Ruf, was wir über sie hören. Wir richten uns selbst nicht halb so streng. Aber wenn es darum geht, einen anderen zu richten, dann wird er schnell heruntergemacht. Der taugt zu nichts. Well, here St. Paul says, I don't care for anybody's judgment. Let him keep his judgment to himself. Fourth Verse, for I know nothing by myself. Vers 4. Ich bin mir zwar nichts bewusst, yet am I not hereby justified. Aber darin bin ich nicht gerechtfertigt. But he that judges me is the Lord. Der Herr ist aber, der mich richtet. We don't wait for the Lord's judgment. Wissen Sie, wir warten nicht auf das Richten des Herrn. We don't wait. We are far too hasty. Wir sind viel zu hastig. And the Lord tells us, judge not, that you be not judged. Der Herr sagt uns, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. For by the same measure that you judge others, you will be judged. Denn mit dem Maß, mit dem ihr andere richtet, werdet ihr selbst gerichtet werden. Your judge said to me, you know I have sentenced men to death. Ein Richter sagte mir, wissen Sie, ich habe Menschen schon zum Tode verurteilt, zum Tod, durch den Strang. Er hat sich selbst vorgestellt, nach seiner Bekehrung, auf einigen, auf dem Podium, bei meinen Versammlungen. Er sagte, ich stehe hier nicht als der oberste Richter dieser Stadt, sondern als der oberste Sünder. Sehen Sie, wir beurteilen uns nicht so, dass wir sagen, wir sind oberste Sünder. Paulus nennt sich den obersten Sünder. Was das Gesetz angeht, bin ich untadelig. Das heißt, er hat viele Dinge, die wir tun, nicht getan, wo die Gesetze Gottes gebrochen werden. Das ist eine treue Aussage, dass Christus Jesus in diese Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Erste bin. Sie sehen, dieses Bewusstsein macht uns sehr vorsichtig, dass wir andere nicht so schnell schlecht machen. Aber manche Leute haben es sich zur Gewohnheit gemacht, negativ zu sein. Solchen Leuten kann man nicht helfen. Wenn Sie diese Haltung beibehalten und immer nur negativ sind, wenn Sie jemandem begegnen oder jemanden einschätzen, was gar nicht ihre Aufgabe ist, wozu sie gar nicht berufen sind, richtet niemand vor der Zeit, sagt die Bibel. Sie sind dazu nicht berufen. Sie haben nicht das Recht, das zu tun. Aber es ist so schrecklich. Man sieht Leute, die sind ganz festgefahren in dieser Sache. Die kann man abschreiben. Ihr Leben ist schon fertig. Sie kümmern sich nicht um ihr eigenes Herz. Wissen Sie, was Gott mir gesagt hat, ich soll mich um mein eigenes Herz kümmern. Ich muss mich mit aller Kraft darum kümmern. Ich gehe nicht herum und verurteile alle anderen Leute. Ich sage, warum sind die Leute in diesem Zustand? Es ist meine Verantwortung, ihnen zu helfen, und das habe ich nicht gemacht. Ich bin schuldig, denn ich habe viel mehr Wissen als sie. Mein Fehler ist viel größer als ihre Fehler, so betrachte ich das. So habe ich das immer gesehen. Aber hier wird uns gesagt, 5. Vers, Vers 5, darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im Finstern verborgen ist, und wird das Trachten der Herzen offenbar machen. Dann wird einem jeden von Gott sein Lob zuteil werden. Ich bin erstaunt über den letzten Satz. Dann wird einem jeden von Gott sein Lob zuteil werden. Um welche Leute handelt es sich da? Sind Sie da angesprochen? Was für ein Mensch ist das? Was für ein Mensch ist das? Wenn das Trachten der Herzen offenbar wird, und alles Verborgene dann ans Licht kommt, werden Sie dann von Gott Lob empfangen? Hey, Junge, ich sah dich drüben in dieser finsteren Ecke, und alles, was du gesagt hast. Und in dieser finsteren Ecke hast du mir gefallen. Wird Gott das zu Ihnen sagen über die finsteren Ecken in Ihrem Herzen? You know, there are so many people, who will tell you, please don't tell this to my husband, please don't tell this to my wife, or to somebody. Ich sage, Jesus Christ hat gesagt, es ist nichts verborgen, was nicht ans Licht kommen wird. Was Sie im Kämmerlein hören, das verkünden Sie auf den Dächern. Sie tun ja nicht wirklich etwas, was nicht erlaubt ist. Es wird einmal geschehen. Es ist nichts verborgen. Wissen Sie, Freunde, etwas später kommen wir noch dazu. Eines der ersten Dinge, die geschehen, wenn Schuld da ist, wenn wir an Gottes Herrlichkeit zu kurz kommen, dann kehren wir das gern unter den Teppich, wo es keiner sieht. Und es ist erstaunlich, wie viele Leute denken, dass sie damit rauben eine Bank und laufen weg. So viele. Und sie denken, sie kommen damit weg, kommen damit durch. Nein. Hier wird uns gesagt, wenn der Herr die verborgenen Dinge der Finsternis ans Licht bringen wird, und das Trachten der Herzen offenbar machen wird, und ich frage mich, mit all diesem Anstoß in Magie und der große Anstoß, den die Potterbücher genommen haben, also diese Potterbücher für die Magie, gebracht haben, überall taucht das jetzt auf, Ich frage mich, ob es nicht auch Kannibalismus gibt in unserem Land. Wenn man das Blut von Babys trinkt, ist das ein Ritus in der schwarzen Magie und beim Satanismus. Das ist bekannt, als ein Sheriff, als ein Polizei-Officer, nahe nach Washington, D.C., sagte er zu mir, das ist ein Polizeibeamter, der sagte mir in der Nähe von Washington, hier hat es ganz in der Nähe einen Ritualmord gegeben. Ja. Ich glaube, dass es das auch hier in diesem Land gibt, dass es das auch hier in diesem Land gibt, lebenswichtige Organe entnommen werden, die man dann auf dem Altar des Satans opfert. Ich frage mich, ob die Leute heute sicher sind in manchen einsamen Stellen in diesem Land. an manchen einsamen Stellen in diesem Land. Das ist einfach ein Vorbote oder etwas, was der Magie automatisch folgt. Manchmal frage ich Leute, wenn ich diese Menschen treffe, haben Sie gewisse Meditationen praktiziert, auf dem Friedhof oder im Krematorium, vor dem Krematorium, das heute ja ein geschlossenes Gebäude ist. war früher offen in vielen Religionen. Man hat den Leib verbrannt. Und ich habe Leute gefragt, ich habe Hindu Priester gefragt, ich fragte einen Hindu Priester, Hey, how come you have become one obsessed with the desire to commit suicide? Have you indulged in these things? He said yes, all of us do. How come you became a drug addict? Oh, all of us are drug addicts. All of us are into drugs. Drogenabhängig. Wir nehmen alle Drogen. So, a national tragedy is being celebrated today as a glorious literary coup that only shows the degradation of Britain's tastes. And in fact the world. And the danger, to which little children are thus being exposed. I know the inside story of these things. And look out for what is going to follow. But God says, who both will bring to light the hidden things of darkness, and will make manifest the counsels of the hearts. Now, we have got to be very careful of the lines in which we begin to think. What are our preoccupations? Especially, what are we mulling over in our minds? The counsels of the heart. They are very serious business. let me tell you, my beloved people. The Lord is going to declare and bring to light. He will make manifest. If you turn to Hebrews 4 and verse 13, Hebrews 4 and verse 13, it tells us here, neither is any creature that is not manifest in his sight. And kein Geschöpf is for him verborgen, but all things are naked and opened unto the eyes of him, with whom we have to do. Everything is naked and opened unto the eyes of him, with whom we have to do. This is basic knowledge, don't you think? Or are we worshipping one of these heathen gods, who have eyes, but they see not, have ears, but they hear not? Isn't that basic knowledge of anybody, who says, I go to church, or I sit under God's word, or I study the Bible, or I'm called a Christian, or I'm called a Christian, or isn't this basic knowledge? And all things are open. Joshua Daniel is an open book before God. There's nothing which I can hide from him. Isn't this basic knowledge? And does it not behove us, than to live in a manner, in which we are. Perfectly pleasing to God. Say, hey, listen. I can't fool around with God. I can fool around with society. I can hide a lot of things. But not when I say, my God is a living God. Not when I say, Jesus is the one I worship. For everything is naked before him. Now, how does that, in what place and status does it put us? It puts us in the status of complete transparency. That's our natural element. Complete transparency. Nothing to fear, nothing to hide. I'm walking before God. And I love him. And nothing is going to stand between me and him. So, there's nothing which I am going to plan, intend, pursue. No motivation, no thought, no ambition, which I am going to seek. You see, Fox? Now, that's a state of being completely open before God. Because that is who he is. And that is our God. You see? You are not sitting here in a dark room. Well, it's pretty well lit. But of course you can have more powerful bulbs, which makes everyone perfectly and clearly visible. Every spot on you is visible. Well, that's the God with whom we walk. He is light. And in him is no darkness at all. My dear friends. There should be no sense of alarm over this. There should be no panic. Didn't you know that God sees? And what have you to fear? Yes, my Lord, here is my heart. Search me. And see if there be any wicked way within me. I will humble myself. I'll put things right. I can't play a double game before you. In any case. It's amazing. It's amazing. It's amazing. It's amazing. It's amazing. The certainly the God of whom many people talk is not the God of the Bible. They're talking of somebody else. They're talking of somebody else. In the 10th verse. In this the children of God are manifest and the children of the devil. You see, there is a demonstration of who the children of God are, the children of the devil. You know, this is all the distinction that the Bible makes in a congregation like this. After all, you are given this one of two titles. Children of God or children of the devil. I wonder if you are happy enough with the latter title. You know, but dare you be so. It is a dangerous position. In this, the children of God are manifest and the children of the devil. Whosoever doeth not righteousness is not of God. Neither he that loveth not his brother. Well, there are two very definite marks here. What is all the trouble that we encounter in human relationships? What is all the trouble that we encounter? We say, well, that person is absolutely unlovable. You mean, you are talking about yourself? Because certainly, that's what you are before God. I do wonder, how God can love me. I do wonder. Yes, indeed. And yet, when it comes to somebody else, we come down so hard on such people. Instead of saying, I am the unlovable person, whom God loves. Unlovable person. There can't be another like me. And why, when God can love me, why can't I love somebody else? My dear friends, let me tell you. Whosoever doeth not righteousness is not of God. You see, we are called upon to bring righteousness into this world of ours. Well, tough assignment. I would say, you know, as I have been preaching these many years, you know, in areas, well, class has almost gone out of Britain. The poor lords of this country have to be some kind of pity, I suppose. Many of their rights and privileges are gone. Even the monarchies. One of these days, if the parliament votes against... the stipend or the lovings that the palace has given, there would be hard put to it to even maintain a single palace. But, you know, my friends, at such a time, when class is more or less getting removed from Britain's society, it's still there. But more or less, it's fading away. Anyway, in other parts of the world, you'll find that there is class, class, under other names. One name is caste. And I would think that there are a lot of people, who have immigrated to this country, that preserve and cherish their caste. So that when it comes to marriage or something, they will just never consider somebody else outside that particular circle. You know, I've stood against it all my life. From the time I was a college student and first saw what a stronghold this had on people. And now I say, listen, if there is one drop of caste blood in you, don't you call yourself a Christian? You see how it goes. Decisions that are made on the base of ethnicity. You see, my man, it's my nation, it's my person. Whoever he is, that doesn't matter. So what is the outcome of such thinking? You can't see what is crooked in people who belong to the same clan. Oh, he is my clan. That's terrible. A Christian ought to think, as God sees and thinks. The nations are all weighed in his balances. Whether they be righteous in his eyes. Now, our thinking should be that. And I don't see such thinking. You know, if people sit in a little circle, you know, it's rather like this, 100, 200 people, and they feel so happy, shouting, jumping, you know, and shouting, hallelujah, and so on. But there it ceases, of course. There is no continual flow of love. That's an act. That's an act. Sunday morning act. That's all it is. Now, let's never reduce worship to a Sunday morning play or circus. It's dangerous. Now, we are trading some very dangerous ground, my dear friends. He who is a child of God, worked righteousness. Wer ein Kind Gottes ist, der tut Gerechtigkeit. Wenn das Urteil gegen Sie ausfällt, dann nehmen Sie das an. Ich bin durcheinander in meinem Denken. Ich bin krumm in meinen Überlegungen. Ich bin voreingenommen bei meinen Beurteilungen. Das ist nicht die Gerechtigkeit. Das ist nicht die Gerechtigkeit. Ich bin klannisch in meinen Entscheidungen. Das ist nicht die Gerechtigkeit. Das ist nicht die Gerechtigkeit. Das ist nicht die Gerechtigkeit. Mein ganzes Leben schon kämpfe ich dagegen an. Ich bin erstaunt. Ist das ein Schauspiel, das die Leute aufführen? Dass die religiöse Menge ein schönes Schauspiel aufführt? Oder ist es ein neues Herz? Ich bin ein Kind der Gerechtigkeit. Ich lebe für Gottes Gerechtigkeit. Ich werde die Gerechtigkeit hochhalten, nicht meine Lust und Laune. Das ist etwas ganz anderes. Darin werden offenbart die Söhne Gottes. Die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels. Die Kinder Gottes bringen Gerechtigkeit in jede Situation. In ihre Familien. In die Gesellschaft. In das Leben des Volkes. In die Parlamente. Das ist alles. Man kann nicht anders Gottes Gerechtigkeit strömen. Man kann nichts dagegen tun. Man ist ein Sohn Gottes. Gerechtigkeit strömt aus ihnen. Nicht ihre Lieblingsgedanken und ihre Torheit. Ich sehe so viele Leute, die sich mit Dingen befassen, die ganz unwichtig sind, die gar keine Probleme darstellen. Wenn Sie beschäftigt sind mit Ihrem Herzen, dann werde ich Ihnen sagen, Sie werden gewinnen. Aber wenn Sie sich mit unwichtigen Dingen befassen, das ist das ganze Problem. Die Leute beschäftigen sich so sehr mit den Dingen, die keine Probleme sind. Wer ist wichtig? Ist das eine Frage? Wer ist wichtig? Wer ist wichtig? Wer ist wichtig? Der, der mit vollkommenem Herzen vor Gott lebt? Soll ich sagen, dass ich wichtig bin? Nein, das kann ich nicht sagen. Oft denke ich, dass es verschiedene Leute gibt in der Gemeinde, die mehr beten als ich, die Gott mehr gefallen als ich. Freunde, unwichtige Dinge, anstatt dass der Kampf für die Gerechtigkeit stattfindet, da trennen sich die Wege der Erweckung und ihr Weg auf Dauer. Dann werden Sie zu einem eingeschworenen Feind der Erweckung. Ich würde mit Kummer in mein Grab fahren, wenn ich eingeschworene Feinde der Erweckung hervorbringen würde. Das wäre mir eine Tragödie. Ich habe mir nie Sorgen gemacht um unwichtige Dinge. Wie kann ich dieser Gemeinschaft aufhelfen? Wie kann ich diesen Leuten helfen? Wie kann ich diesem Trinker helfen? Wie kann ich dieser Familie helfen? Alle meine Gedankenkraft und mein Gebet und Energie sind da hineingeflossen. Ich sagte, ich habe keine Zeit für all diesen Unsinn, diese unwichtigen Dinge. Das ist das, was wichtig ist. Wenn Sie ein Sohn und eine Tochter Gottes sind, dann wird Gerechtigkeit aus Ihrem Leben hervorkommen. Und wenn das nicht geschieht, dann passen Sie auf, Sie sind in großer Gefahr. Tun Sie Buße, denn Sie sind in großer Gefahr. Wir wollen beten. Wir wollen Gott sagen, Herr, du bist es, der die Herzen erforscht. Vor dir ist nichts verborgen. Wir sind nicht hier, um ein Schauspiel aufzuführen. Wir sind nicht hier, um uns gut zu unterhalten. Wir sind hier nicht in einem Zirkus. Sind wir Kinder Gottes oder Kinder des Teufels? Gütiger Vater, wir demütigen uns vor dir. Schenke, dass wir zurückkehren zu dem Pfad eines zerbrochenen Geistes. Der Pfad, auf dem wir dir gefallen und deinen Willen tun. Der Pfad, wo Gerechtigkeit um uns herum blüht. Und wo der Teufel keinen Platz findet, weder in unseren Worten noch in unseren Gedanken. O liebender Vater, höre unser Gebet. Mache uns echt, wir bitten dich. Unsere Familien sollten sehr durchsichtig sein. Und unsere Herzen auch. dass es Gott gefällt. Dass der Herr Jesus bei uns wohnt. Wir wollen es nicht zu unserer Sache machen, dass wir den Heiligen Geist vertreiben. O mein Vater, neidig uns. Und lass uns Menschen sein, die nicht herumfiedeln, wenn Großbritannien brennt. Wenn Großbritannien brennt. Bewahre uns von all diesem herzlosen Fiedeln. Dass wir uns ganz dem hingeben, dass wir dir gefallen, dass wir die Dinge reden, die dir gefallen. Dass wir nach deinem Willen trachten. Und dass wir zu einem Strom der Gerechtigkeit werden. Hilf uns, Herr, wir bitten dich. Im Heiligen Jesus' Namen. Amen.